Sie sind hier, 30. Oktober 2018, 17.20 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern die Fans des 1. FC Kaiserslautern haben Pyrotechnik gezündet, nun muss der Verein zahlen Urheberrecht Getty Images, das Sportgericht des DFB verurteilt den 1. FC Kaiserslautern und 1860 München zu Geldstrafen. Bei beiden Mannschaften waren Anhänger negativ aufgefallen. Das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes DFB hat die Drittligisten 1. FC Kaiserslautern und 1860 München wegen unsportlichen Verhaltens ihrer Anhänger mit Geldstrafen belegt. Kaiserslautern muss 7.175 Euro zahlen, 1860 München 3.200 Euro. Während des Drittligaspiels bei Carl Zeiss Jena am 22. September wurde im Lauterrad-Zuschauerbereich Pyrotechnik gezündet. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, wodurch sich der Wiederanpfiff um rund drei Minuten verzögerte. Löwenfans warfen Becher und Bärleim Verlauf des Drittligaspiels bei der SPVGG Unterhaching am 26. September warfen Münchner Zuschauer Trinkbecher in den Innenraum. Darüber hinaus wurden während des Ligaspiels gegen die Würzburger Kickers am 1. Oktober rund 30 Tennisbälle aus dem Münchner Zuschauerbereich auf das Spielfeld geworfen, woraufhin die Begegnung für etwa 40 Sekunden unterbrochen werden musste. von Sportinformationsdienst von Sportinformationsdienst